Kartoffeln. Okay, dann machen wir mal. Eine Kartoffel. Ein beliebiges Gewürz. So. Dann einmal. Ein beliebiges Gemüse. Gemüse ist hier. Machen wir mal ein Ding hier rein. Und dann kochen wir einmal. Ein Eintopf. So. So, jetzt gehen wir zu der Nicht-Mehr-Jungfrau. Und stecken die alle drei Sachen in den Hals. Ach, jetzt ist sie hier oben. Ist aber auch mal überall, wa? Überall. Heute werde ich übrigens die Video schneiden. Vier Stunden. Okay. Okay. Ach Mensch. Ich bin im falschen Dings. Falscher Brunnen. Arielle ist da. Ach, die putzt sich den ganzen Tag. Mann. Ah, ey. Alter. So. Ah. Nein. Ich möchte dir was schenken. Ich habe etwas fertig. Ein einfacher Diamant. Okay. Oh. Oh. Bananen. War ich mich eigentlich noch mal so benannt. So. Wow. Level 8 haben wir schon geschafft. Das ist schön. Und jetzt das nächste. So. Bleib mal bitte hier. Hier. So. Ich mich auch nicht. So. Jetzt haben wir dich wieder so ein bisschen beschenkt. Und jetzt sind wir aber durch hier mit den Schenken. Ähm. Wir haben jetzt wieder ein Dreamlight hier bekommen. Freundschaft. So. Was war denn das gerade? Ach, die Teile habe ich jetzt mal liegen gelassen, weil die so unnötig waren. Aber ich streiche mein eigenes Eichhornchen. Ist das süß. Ähm. Gut. da war mal die Ursula schläft ja wieder. Wer ist noch nicht auf Level-Dings. Mal gucken, wie sieht's mit dem Bass aus. Was ist denn hier los? Oh. Oh. Alter. Ich setze auf mein Kabel. Verfluchte Scheißer. Mensch. ähm. So. Bitte red mit mir. Ähm. Du magst eine rote Kapu Ziergrässe in glänzenden Tourmalin und ein Amethyst. Tourmalin und Amethyst in glänzend. Okay. Damit kann ich dienen. Wir machen heute mal. Wir machen jetzt mal eine kleine Schenke-Tour. So. Für die, die zu kurz geraten sind. Bei mir. So. Ich habe schon gehört, dass da was geflogen ist. Okay. Dann haben wir das. Ähm. Amethyst und Tourmalin. Nee. Amethyst, ein glänzender. So. Das ist ein fetter Diamant. Der kommt hier wieder rein. Ähm. Und Tourmalin. Was ist denn ein Tourmalin? Okay. Ich möchte mal hier gucken. Saphir. Glänzende Tourmalin. Okay. Ähm. Aufteilen. Genau. Da haben wir die drei jetzt auch schon wieder für, wer war denn das immer? Bass, wa? Dann. Ja. Reißen wir ganz schnell zur Bass rüber. Dann wird er wahrscheinlich jetzt in seiner Hütte sein. Genau. Okay. Machen wir ihn glücklich, wa? Ach, da hinten in der Ecke ist er. Ach Gott, ich bin klein. Gut. Was machst du? Schön. Ähm. Nein. Ich nehme mich dann zum Ernten mit. Das ging aber schnell. Das ging wirklich schnell. Da ist er wieder. Okay. Ich habe noch was für dich. Eigentlich müsste er die Möbel alles auf seine Größe angepasst haben. Die ist ja viel zu groß alles. So, haben wir das jetzt schon mal gemacht? Ähm. Ähm. Jo. Okay, dann haben wir wieder was gesagt. Ach, da ist auch schon mal was. Ähm. Wer ist denn noch? Ach, hier ist ein Ei. Nehmen wir natürlich mit. Ich will zwar jetzt nicht mal auf der Eier suche, weil wir schon zu viele Eier haben. Ich glaube, die hatte ich schon auf Level 10 hochgepumpt. Ja. Deswegen gehe ich aber mal zu Donald. Ja, mal gucken. Also schon Level 10 hochgepumpt. Auch schon Level 10 hochgepumpt. Auch schon Level 10 hochgepumpt. Mensch, Mensch, Mensch. Das klingt ja langsam überhand. Du hast bestimmt schon Level 10 hochgepumpt. Was weiß ich. So. Level 10 hochgepumpt. Vergiss das nicht. Level 10 hochgepumpt. Du bist... Level 6 hochgepumpt. Level 6 hochgepumpt. Okay. Was willst denn du haben? Auch schon mir einen glänzenden Diamanten. Eine Glockenbume. Eine lilane Glockenbume. Das in orange. Und ein glänzender Diamant. Okay. Kann ich mit denen... Eine Liederglockenblume. Orange. Und ein glänzender Diamant. So. Ja. Übertragen. Aufteilen. Genau. Das kann ja noch über hier. Ähm. Glockenblume. 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 So. So. Mal gucken. Alles mal in einer Reihe machen hier. Ähm. Ich bin dein Vater. I lalalalalalalove you. Ooh. I lalalalalalove you. Yes I do.